Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Ich war jetzt noch mal fix beim Teddy und was ich da feines gefunden habe, das zeige ich dir jetzt gleich. Wir fangen jetzt mal mit den Vorbereitungen für 2020 an. Für die Vorbereitungen für 2020 habe ich mir hier gekauft einen Kalender. Ich muss ja auch sagen, ich bin so ein wahnsinniger Planer. Ich liebe es zu planen. Ich hatte es auch schon in dem letzten Video gesagt, die letzten zwei bis drei bis vier Tage bin ich am Planen und am Machen und am Tun. Ich finde Planen toll. Überlegen, verfeinern. Ich mag das total gerne. Die Pläne dann in die Realität umzusetzen, das ist dann wieder ein anderes Kapitel. Aber Planen an sich finde ich super. Jetzt nicht, wie ich es dieses Jahr angefangen habe mit diesem Webster Pages Planner. Den werde ich jetzt auch wieder verkaufen, sondern hier einfach so in so einem Ringkalender, dass man einfach mal den Überblick hat. Weil wer so viel plant wie ich, sollte den Überblick behalten, sonst wird es gar nichts. Sonst wird das überhaupt nichts. Also diesen Kalender habe ich mir gekauft. Ich weiß leider gar nicht mehr, was der gekostet hat. Ich glaube 1-2 Euro in dem Dreh. Und das Schöne, was ich hier fand, ist einmal hier dieser Ringmechanismus, da kann man schön umklappen. Und dann hier noch diese stärkere Folie, die einfach alles ein bisschen schützt, ohne daraus jetzt einen riesen Kuchen zu machen. So, das ist der Planner für mein 2020. Hier habe ich so einen super süßen Sticker gefunden. Und zwar ist der aus diesem Mambi-Sticker-Sheet-Bogen. Also, das ist nur so am Rande. Genau. Also, diesen Planer verwende ich für nächstes Jahr. Das wird mein stetiger Begleiter werden. Dann habe ich mir noch einen kleinen, du siehst es hier, der ist überhaupt nicht groß, so einen kleinen Ordner gekauft. Natürlich auch wieder in Schrei-Pink. Nicht wundern, ich mache den jetzt nicht auf. Ich halte ihn auch verkehrt rum, damit du ja nicht siehst, was nächstes Jahr kommt. Also, ich mache da ein großes Geheimnis drum. Und der hat 1,50 Euro gekostet. Das komische ist, es gab noch breitere. Die haben nur 1 Euro gekostet. Aber der hier ist so ein bisschen stärker. Wobei du bei dem auch aufpassen musst, dadurch, dass der wirklich so kleine Ringe nur hat, lässt er sich echt ein bisschen blöd blättern. Aber, Hauptsache, er ist pink und er ist stabil. Das reicht mir für den Moment erstmal aus. Genau. Und jetzt gucke ich gerade mal schnell. So, also einen Kalender und einen Ordner fürs nächste Jahr. Und damit wir genauso organisiert und strukturiert wieder ins neue Jahr starten, gab es hier einen kleinen Ordner für die Kontoauszüge. Für 1,50 Euro. Ich mache das immer so. Den alten schnappe ich immer so, wie er ist, packe ihn in den Keller und dann wieder einen neuen. Dann fängt man immer wieder von vorne an. Das finde ich immer ganz praktisch. Dann ebenfalls zum Schreiben. Diese Kugelschreiber. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die habe ich schon ganz, ganz lang. Und ich glaube, ich habe davon irgendwie auch zwei Sets mal gekauft gehabt. Die sind von der Haptik her so schön. Die sind irgendwie weich. Und die schreiben richtig gut. Also die schreiben so gut. Ich hatte mir dann irgendwann auch mal einen mit in die Arbeit genommen. Und habe da irgendwie so lange dran rumgespielt, bis ich es geschafft habe, diesen Bügel abzubrechen. Und dann schlussendlich ging er nicht mehr. Dann habe ich in meinem ganzen Sammelsurium nach einer passenden Patrone gesucht. Aber habe dann auch keine gefunden. Und für 50 Cent das Stück, also 1 Euro, kann man überhaupt nichts falsch machen. Wie gesagt, die Haptik allein ist der Wahnsinn. Dann ebenfalls zum munteren Planen für 2020. Habe ich mir hier diese sechs Page Marker gekauft. 1 Euro haben die gekostet. Es gibt davon noch andere. Und zwar so ganz schmale. Jetzt war ich gerade am Schauen. Die hatte ich nämlich auch mal. Aber die halten überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir jetzt hier mal diese breiteren geholt. Und was ich jetzt so sagen kann, halten sie sehr gut. Das wird sie natürlich dann zeigen. Im täglichen Einsatz. Auf, zu, hin, her. Ob das dann immer noch hält. Aber allein vom Beschriften, das klingt auch sehr gut mit dem Kugelschreiber, hinkleben hält es. Schauen wir mal. So, im Anbetracht auf anstehende, nennen wir es Aktionen, brauchte ich wieder ein bisschen Klebeband. Demnach durfte es hier das transparente Klebeband für 100 Euro auf dem T-Design. Das sind 48 Millimeter mal 48 Meter. Das klebt finde ich sehr gut. Und dadurch, dass es durchsichtig ist, kannst du es auch über sämtliche Versandaufkleber drüber kleben. Da kann man immer noch super durchschauen. Demnach mag ich das Durchsichtige immer einen Tacken mehr als dieses normale braune Klebeband. Dann brauchte ich jetzt auch mal wieder ein neues Tuch zum Stempelreinigen. Das hier habe ich dir mal gezeigt. Das sieht jetzt gar nicht so dramatisch aus. Kann auch daran liegen, dass es grau ist. Aber es fängt an zu fusseln. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, das kommt jetzt weg. Und jetzt kaufe ich mir mal ein anderes. Und zwar eins, was hier so ein bisschen dünner ist. So, hier. Das ist so ein bisschen dünner. Das ist eigentlich ein Bodentuch für 1,50. Aber ich denke, das klappt für den Stempel auch ganz wunderbar. Demnach habe ich mir das mal mitgenommen. Mal gucken, wie das ist. Weil, wie gesagt, das andere fängt mit der Zeit des Fusseln an. Da muss ich tatsächlich sagen, das, was ich mal vom Action hatte, das war besser. Das hat nie gefusselt. Das war nur irgendwann so voller Farbe, dass die Hände dann bunt waren. Also, schauen wir mal. Und ansonsten gibt es halt wieder für, weiß ich nicht, 40, 60 Cent das vom Action. Dann habe ich wieder mitgenommen und zwar diese Bommelborte, beziehungsweise heißt es hier Pompom-Bordüre, für 1 Euro 1 Meter drauf. Weil die Farbe einfach so schön ist. Und wenn wir uns überlegen, bald ist irgendwann der Winter geschafft. Wobei er bei uns noch nicht mal richtig da war. Und wir gehen in den Frühling. Und Mint geht im Frühling immer. Demnach noch einmal das. Dann habe ich dir in meinem Favoriten Video gezeigt, zweimal Elastikkordel, 3 Meter sind drauf. Einmal in Schwarz, einmal in Weiß. Für jeweils 55 Cent. Dann ebenfalls aus dem Favoriten Video dieses Satin-Band, beziehungsweise Schmuck-Band. 5 Meter sind drauf. Für 75 Cent. Weil das bei mir einfach immer alle ist. Weil ich mache damit einfach viel zu viel. Dann habe ich mir hier nochmal diese kleinen Quasten mitgenommen. 75 Cent. Und in so einem ganz schönen Rosaton. Jetzt kein hellrosa, eher so ein dunkleres Rosa. Aber das fand ich auch ganz hübsch. Und in der Kombi mit der Bommelborde, denke ich, lassen sich daraus wirklich gute Sachen machen. Und zu guter Letzt habe ich gekauft wieder einen Stoffsticker-Bogen selbstklebend. 21 x 29 Zentimeter sind die Stoffstücke hier groß. Vier Stück sind drin. Selbstklebend. Also hinten denke ich einfach Folie abziehen. Und los geht's. Für 2 Euro. Davon habe ich, glaube ich, noch ein Päckchen da. Und da muss ich dann auch mal tätig werden damit. Aber das nächste Jahr hat 365 Tage, wo man ganz, ganz viel basteln kann. Und wo ich auch ganz, ganz viel basteln werde. Gut, dann hoffe ich, du bist total gespannt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also bis dahin. Tschüss.